Wie geht's euch? Gut, und dir? Ja, danke, wir auch. Ein bisschen nervös, so wie es halt ist. Ja, mein Name ist Christian Reger, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Kamp-Lindford mittlerweile. Ja, und bin angehender Lehrer für die Förderschule. Das ist doch schön. Bist du ein guter Lehrer? Ich würde sagen, ja. Ein sehr sympathischer, würde ich sagen. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit Lehrern, die haben mich alle immer nicht gemocht. Hättest du mich gemocht in der Schule oder hättest du gesagt, ja, geh mal? Tatsächlich, ich habe ein Faible für diese besonderen Typen. Also, bei mir in der Klasse auch tatsächlich. Ich mag diejenigen, die ganz besonders sind. Und die stechen bei mir immer raus und da habe ich eine ganz besondere Beziehung. Ich wurde ja damals von der Schule geschmissen, nur wegen meinen Outfits. Echt? Ey, ey, ich sag, ihr könnt mich lieben und hassen, es gibt Prost und Kontrast. Doch eine Sache ist sicher, ich bin so besonders. Liebe Grüße an meine Lehrer. Ja, aber was willst du denn für uns singen, Christian? Tatsächlich Balladen, das ist auch meine Richtung und ich würde gerne No Matter What von Calum Scott singen. Ja. Ja, genau. Dankeschön. bei mir. WELTEN She wrapped her arms around me, said, and tried to be what you're not Cause I love you no matter what She loves me no matter what Okay, kann ich den anderen Song nochmal hören? Mercy von John Mendes. Okay. Oh, mal ein bisschen. Ah ja, das ist schön. Oh, mal ein bisschen. Ah ja, das ist schön. Show me an open door, then you go and slam it on me I can't take any more And I'm saying, baby, please have mercy on me And take it easy on my heart Even though you don't mean to hurt me And you keep tearing me apart Would you please have mercy, mercy on my heart Please have mercy, oh mercy on my heart Christian, du hast das sehr, sehr schlau gemacht. Das ist wirklich optimal für uns. Du hast eine Ballade gesungen, sehr gut mit sehr, sehr Gefühl und einen sehr, sehr schwierigen Titel daraus gesucht. Und hast den auch gemeistert. Und also bisher warst du für mich wirklich so top 3 der Leute überhaupt, die hier waren. Also ich kann nur sagen, Kompliment hat super gesungen. Danke, das ist sehr lieb. Christian, obwohl sie mich 100 Euro kostet, verdammte Scheiße. Das ist wert. Also was? Das ist echt wert. Von mir kriegst du natürlich auch ein Ja. Wir sind ja alle hier in der gleichen Meinung, dass du Hammer bist. So, du siehst auch cool aus, finde ich. Und deswegen von mir ein Ja. Ich finde auch, also ich war sehr positiv überrascht. Ich fand es super schön. Und für mich hat es natürlich auch ein Ja. Ja, danke. Ja, viermal Ja. Danke, das freut mich. We, 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 cool. Dankeschön. Dann bist du nächstes Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, für mich ist definitiv ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und ja, ich bin einfach froh, jetzt Teil der SDS-Familie zu werden und hoffe, dass ich da reinwachse. Lehrer Christian, eins mit Sternchen beim Casting.